Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokemon Go! Heute gehts ins Zentrum von Halle. Es gibt insgesamt zwei Wege. Einmal einen kürzeren und einmal ein bisschen längeren Weg. Und heute zeige ich euch den kürzeren Weg. Wir sind jetzt angekommen und für heute beende ich mal das Video. Und bis zum nächsten Part! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!